MDR-Kultur. Diskurs. Herr Heidt, Sie sind Professor an der Tongji-Universität und die gilt als eine der renommiertesten Universitäten Chinas überhaupt. Was ist das für eine Universität? Was macht sie aus? Also die Schwerpunkte der Tongji-Universität liegen im Bereich der Ingenieurwissenschaften, insbesondere Architektur und Urban Planning. Also die Stadtplanung der neuen Mega-Metropolen in China wird sehr häufig von Studenten oder auch Professoren der Tongji gemacht. Daneben gibt es einen recht starken Bereich in den Wirtschaftswissenschaften. Es ist eigentlich eher eine technische Universität, kann man sagen. Wie viele Studenten gibt es da? In was für einer Größenordnung muss man sich das vorstellen? Also ungefähr 30.000 Studenten. Also für chinesische Verhältnisse ist es eine durchschnittlich große Universität, auch weil die Auswahlmechanismen relativ streng sind, da sie mit zu den nationenweit geförderten Elite-Universitäten gehört. Und dort sind die Aufnahmemöglichkeiten relativ schwierig oder sehr selektiv. Und aus dem Grund gibt es also eine Reihe von Universitäten, wo die Studierendenzahlen noch höher sind. Wie funktioniert überhaupt das chinesische Bildungssystem? Ist das für so ein großes, für so ein riesiges Reich überhaupt zu beschreiben? Und ist das in irgendeiner Form mit dem Deutschen vergleichbar? Kann man darüber überhaupt reden? Im Grunde ja. Es ist eigentlich nicht so schwierig. China ist ja ein zentralistischer Staat. Aus dem Grund ist das Bildungssystem in den Regionen und Provinzen im Grunde genommen gleich. Und auch die Art der Zulassung zu den Universitäten wird zentral geregelt. Also es gibt eine zwölfjährige Schulausbildung, die dann mit einer dem Abitur grob vergleichbaren Abschlussprüfung, dem Gaukau, zur Hochschulzulassung führt. Und dieses Gaukau ist, also wenn ich jetzt gesagt habe, es sei so ähnlich wie das Abitur, dann ist das ein bisschen geschmeichelt. Also es bedeutet hoher Test und ist eine sehr strenge, ausgesprochen vorbereitungsintensive Prüfung, die für einige Tage im Juli quasi das ganze Land lahmlegt oder in einen Ausnahmezustand versetzt, weil jetzt alle Schüler, die eine Hochschulzulassung erwerben möchten, an diesen Prüfungen teilnehmen. Und diese Prüfung alleine entscheidet dann über den Abschluss, über die Abschlussnote, mit deren Hilfe man dann sich einem klaren Ranking entsprechend an bestimmten Universitäten für bestimmte Studiengänge bewerben kann. Welche Schulbildung bekommen die Kinder, die nicht zum Studium gehen werden? Also es gibt eine Pflichtschulzeit von neun Jahren, quasi Mittelschule. Und mit diesem Abschluss, also das ist Schulpflicht, das müssen alle machen. Und mit diesem Abschluss gehen die dann ins Berufsleben, was sehr unterschiedlich aussehen kann. Die Biografien und Lebensverhältnisse sind natürlich in China, je nachdem, ob man in Shanghai lebt oder irgendwo in der Sichuan-Provinz, sehr unterschiedlich. Und Schulbildung ist ja nur ein Teil dieses ganzen Gefüges. Welche Rolle spielt Bildung überhaupt in China? Also man kann sicher sagen, dass das Interesse an Bildung und auch der kulturelle Status oder der soziale Status auch von Bildung sehr hoch ist in China. Also das hat sicherlich auch mit der historischen Entwicklung dieses Landes zu tun. Die politischen und administrativen Eliten haben ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden, kann man sagen, in den konfuzianischen Schulen eine Prüfung abgeschlossen. Eine Aufnahmeprüfung ähnlich dem heutigen Gaukau im Grunde. Und die Funktionsträger in öffentlichen Ämtern sind kulturell gebildet. Der Kaiser dichtet und schreibt, übt sich in Kalligrafie. Also diese traditionellen Formen der Bildung genießen nach wie vor, trotz Kulturrevolution und kapitalistischer Modernisierung, ein ziemlich hohes Ansehen in China. Sie sind Professor für Philosophie in China. Wer studiert dieses Fach? Wer sind Ihre Studenten? Woher kommen die? Aus was für sozialen Verhältnissen? Das ist interessant. Also die kommen eigentlich aus allen gesellschaftlichen Schichten, soweit ich das beurteilen kann. Wobei an der Tongji, wo ich jetzt unterrichte, aufgrund der hohen Aufnahmebeschränkungen sind es dann schon Kinder oder Jugendliche mit einer geradlinigen und erfolgreichen Bildungskarriere bis dahin. Sodass also Kinder aus sozial sehr schwachen Milieus typischerweise dort nicht anzutreffen sind. Also ich weiß von einigen Eltern der Studierenden, mit denen ich zu tun habe, also die verdienen deutlich mehr als jetzt ein Hochschullehrer, natürlich Immobilienbanker und so weiter in Shanghai. Aber es sind auch Kinder aus ärmeren Verhältnissen dabei. Manche studieren auch an der Tongji-Philosophie. Das hat mit diesem Aufnahmesystem zu tun, weil sie unbedingt an der Tongji studieren möchten. Eigentlich vielleicht vorzugsweise Architektur, aber für Architektur wurden sie nicht zugelassen und dann studieren sie halt Philosophie. Es ist immer noch besser, an der Tongji-Philosophie zu studieren, als an einer Provinz, Universität, Architektur offenbar. Gibt es denn sowas wie Förderprogramme, so wie wir das aus Deutschland kennen? Genau. Es gibt relativ aufwendige und umfangreiche Förderprogramme. Also so viel Sozialismus ist dann doch. Die chinesische Regierung müht sich, Kinder aus bildungsfernen Schichten, wie man ja heute sagen würde, vielleicht an die Universitäten heranzuholen. Die Alphabetisierungsrate ist sehr stark gestiegen in den letzten 20 Jahren. Also die Bemühungen, hier etwas zu unternehmen, sind sehr stark und es gibt Stipendienprogramme. Es gibt zwar grundsätzlich eine Studiengebühr, die bei ungefähr 500 bis 800 Euro liegt im Jahr. Die kann aber mit einer Reihe von Hilfsmitteln oder für Bedürftige dann auch umgangen werden, sodass die Regierung dort schon einiges unternimmt. Was wird aus den Absolventen in China? Was wird aus Philosophieabsolventen in einem Land, dessen politische Verfasstheit zumindest sich aus deutscher Sicht eher mit den Verhältnissen einer reglementierten Gesellschaft als mit denen einer freiheitlich-demokratisch orientierten Grundordnung verbindet? Staatskommunismus, Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, ist ja immer noch ein Stichwort. Also das spielt natürlich eine große Rolle. Also Sozialismus mit chinesischer Prägung heißt das ja in der offiziellen Sprachregelung. Und das ist natürlich nach wie vor der maßgebliche politische Rahmen, innerhalb derer sich junge Menschen ihre Zukunftspläne entwerfen. Allerdings ist es so, dass für Philosophiestudenten jetzt im engeren Sinne dieselben Unwägbarkeiten der Erwerbsbiografie stellen wie für Philosophiestudenten in Deutschland auch. Also es ist ein Fach auch in China für, wie sage ich mal, etwas exzentrischere Figuren, die sich aus persönlichen Motiven für Philosophie interessieren, die eine Lust an dieser Art von Beschäftigung, von Bildung und Nachdenklichkeit haben. In China gerne auch mit einer Neugier oder einer Freude an tiefsinnigen Gedanken. Das ist vielleicht im Westen etwas weniger stark ausgeprägt. Diese Dinge spielen eine Rolle und was dann die anschließenden Berufsperspektiven betrifft, ist die Situation, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland. Man versucht vielleicht im Medienbereich, in der Verwaltung unterzukommen, im Schuldienst möglicherweise. Einige bleiben an den Universitäten. Was macht ein Philosoph in der Verwaltung? Also das hat vielleicht dann doch mit der chinesischen Besonderheit zu tun. Also die Administration dort ist ja stark durch Parteikader durchsetzt. Also es gibt eigentlich immer eine parallele Verwaltungsstruktur und je höher die Hierarchiestufen sind, umso klarer ist auch dann die Beziehung zur Partei. Und innerhalb der Partei macht man durchaus auch Karriere, also natürlich auch durch fachliche Kompetenz, aber eben auch durch entsprechende Profilierung in politischen Sitzungen und so weiter. Und dort kann vielleicht ein Philosophiestudium nützlich sein. Es ist vielleicht interessant zu wissen, dass es nach wie vor Institute für Marxismus gibt, die allerdings von der Philosophie separiert sind. Also das sind zwei verschiedene Baustellen. Aber dennoch unter den Studierenden gibt es natürlich Bewegungen zwischen beiden Richtungen oder beiden Instituten. Ein Sozialismus chinesischer Prägung, wie sieht der denn heute aus? Es ist sehr auffällig, denke ich, dass im Alltag und auch hinsichtlich der individuellen Berufswahl zum Beispiel, wenn es jetzt nicht gerade öffentlicher Dienst ist, die Freiheits- und Bewegungsspielräume der Einzelnen sehr groß ist. Man spürt es quasi gar nicht, sondern man lebt in einem normalen, gerade in Shanghai, in einem normalen westlich-kapitalistischen Umfeld, in dem man versuchen kann, Karriere zu machen oder eben abgehängt wird. Und während die Formen der sozialen Kontrolle oder auch der sozialistischen Ausgleichsprozeduren erstmal nicht spürbar sind, sondern nur dann, wenn man gezielt an bestimmten Stellen mit Parteilinie in Konflikt gerät, zum Beispiel sich zu Taiwan äußert oder das Tibet-Thema regelmäßig anspricht. Also das sind so einzelne Faktoren, weil ich spüre zum Beispiel in meinem normalen Berufsalltag die Präsenz oder die Realität dieses Sozialismus mit chinesischer Prägung im Alltag selten. Also nicht gar nicht, aber selten. Und das scheint mir faszinierend zu sein. Und das ist sicherlich ein deutlicher Unterschied zu den Jahrzehnten zuvor. Aber an welchen Stellen nehmen Sie das überhaupt wahr? Naja, ich nehme es wahr zum Beispiel bei Internetzensur. Also Google funktioniert ja gar nicht. Alle Google-Produkte sind in China verboten. Daran gewöhnt man sich so ein bisschen. Genauso wie Facebook, da merkt man schnell, dass man gut ohne auskommt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Suchbegriff eingibt auf einer chinesischen Suchmaschine nach Tankman, also dieses Individuum, was während der Ereignisse am Platz des himmlischen Friedens 1989 sich vor eine Panzerkolonne gestellt hat. Dieses Bild ist in den sozialen Bewegungen weltweit sehr berühmt. Und wenn Sie das in Deutschland oder sonst wo eingeben, werden Sie Hunderttausende von Hits bei diesem Suchbegriff erreichen. Während in China ist dieser Suchbegriff nicht präsent. Also es gibt zu diesem Suchbegriff liegen keine Ergebnisse vor, heißt es dann. Und auf diese Weise wird die Versorgung mit Medien sehr stark reglementiert oder mit Informationen. Es gibt auch an den Universitäten, insbesondere die chinesischen Kollegen spüren das, glaube ich, stärker. Seit des jüngsten Parteitages haben die Zügel ein bisschen angezogen, dass man schon daraufhin beobachtet wird, zu welchen Themen man sich in welcher Form öffentlich äußert. Es kommen dann Delegierte aus Peking, man wird vorgeladen, es gibt Gespräche und so. Also diese Mechanismen gibt es. Ihre Universität, die Tongji-Universität, das ist eine deutsche Gründung. Was hat es damit auf sich? Wie ist es dazu gekommen? Und spielt das heute in diesem universitären Betrieb eine Rolle? Ja, also die Tongji-Universität ist 1907 auf Initiative eines deutschen Arztes Erich Paul Luhn gegründet worden als Medizinerschule zunächst und unterstützt worden von der deutschen Industrie, ThyssenKrupp und verschiedene andere. Und das ist interessanterweise trotz der sehr wechselvollen Geschichte des Chinas bis heute der Fall. Also 1993 war der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Shanghai zu Besuch und auf seine Initiative wurde dann dort ein chinesisch-deutsches Hochschulkolleg gegründet, was wiederum mit Stiftungslehrstuhlen von der deutschen Industrie gefördert wird. Der Name der Tongji-Universität, also es sind zwei Silben Tongji und es bedeutet so viel wie gemeinsam über den Fluss. Das zeichnet sich auch in dem Wappen der Uni wieder. Es hat aber auch so einen lautmalerischen Anklang, also es klingt so ähnlich wie Deutsch. Also Dongguer ist das Wort für Deutsch, Land der Tugend und diese Verbindung oder diese Assoziation ist auch da. Das sieht man dort recht deutlich. Es gibt eine Vielzahl von Kooperationen. Ich selber bin jetzt nicht in irgendeinem, also direkt in irgendeinem dieser Programme, sondern habe eine ganz normale Professur an der Tongji. Aber es gibt viele Gastwissenschaftler, die für kürzere oder längere Zeiten sich in Shanghai an der Tongji aufhalten. In Shanghai gibt es auch, das sagt mir das Internet, ich war noch niemals in Shanghai, Denkmäler zum Beispiel von Goethe, von Albert Einstein, der während einer China-Reise in Shanghai erfuhr, und dass er überhaupt einen Nobelpreis bekommen wird. Und es gibt eins von Johann Sebastian Bach, dessen Musik in der asiatischen Welt ja generell sehr hoch geehrt und geschätzt ist. Diese Denkmäler repräsentieren deutsche Tradition, deutsche Kultur. Woher kommt überhaupt dieses Interesse? Die Statue von Goethe, eine gibt es im Luschenpark, gemeinsam mit verschiedenen anderen sogenannten Giganten der Literatur. Also Shakespeare ist dabei, Tolstoi, Tagore. Also häufig ist das eingebunden in so einen größeren Kontext. Aber das Interesse an der spezifisch deutschen Kultur ist, denke ich, schon auffällig groß. Also es gibt interessante Verbindungen hinsichtlich der deutschen Nachdenklichkeit, der deutschen Kultur, auch der deutschen Philosophie, der deutschen Literatur und der chinesischen. Das spielt, glaube ich, dabei eine Rolle. Eine andere Rolle ist sicherlich auch in politischen Verhältnissen zu sehen, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands in China relativ kurz ist und man relativ bald anfangen konnte, andere Formen von Kooperationen oder Berührung und Austausch zu etablieren, sodass man relativ viel Deutsches im Alltag auch sieht. Also ich erlebe das häufig, dass Menschen Deutsch sprechen, unvermutet auf der Straße. Man unterhält sich auf Deutsch in der Straßenbahn und plötzlich stellt sich heraus, dass der Chinese, der einem gegenüber saß, auch Deutsch spricht, weil er deutsche Germanistik studiert hatte oder vielleicht auch als Bankkaufmann für eine deutsche Bank gearbeitet hat. Also dort gibt es aus unterschiedlichsten Gründen Interesse, also sowohl wirtschaftlicher wie auch kultureller Art an deutschem Denken, an deutscher Literatur und auch an deutscher Musik. Helmut Heitz, Sie sind unter anderem, muss man sicher sagen, ein Experte für die Philosophie Friedrich Nietzsche. Sie ist seit Jahren Ihr Forschungsgegenstand und Nietzsche ist auch der Grund, weshalb Sie überhaupt in China sind. Wie kommt man als deutscher Philosoph ins Reich der Mitte? Ist das ein persönlicher Traum von Ihnen gewesen oder gibt es dafür ganz pragmatische Gründe? Also nach China zu gehen war sicherlich nicht ein lang gehegter Herzenswunsch, der mich schon immer umgetrieben hätte. Ich hatte allerdings schon lange eine gewisse Neugierde in diese Richtung, insbesondere in den südostasiatischen Raum. Konkret ist es eigentlich ein Zufall gewesen vielleicht. Also ich glaube an Zufälle. Ich denke, dass sich manchmal durch Situationen bestimmte Möglichkeitsräume eröffnen, denen wir dann durch unsere Art, wie wir damit umgehen, nachträglich einen Sinn geben, ohne dass es schon vorher eine implizite Bedeutung gäbe. Und China ist mir auf diese Weise zugefallen. Also die Kollegen an der Tangji suchten jemanden, der auf Deutsch westliche Philosophie unterrichten kann, insbesondere deutsche Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Und ich wurde angesprochen, ob mich das reizen würde. Und die Situation war gerade, dass es mir und meiner Frau gut passte. Und China ist ein aufregendes, wichtiges Land. Ich denke, dass China in der Zukunft eine noch deutlich größere Rolle spielen wird. Und es ist ungeheuer interessant und auch philosophisch sehr interessant, sich anzuschauen, wie sich dort Denken und Handeln entwickeln, wie die Lebensräume sich verändern, wie das Denken dieser Menschen auf den ersten Blick sehr ähnlich und auf den zweiten Blick doch sehr fremd ist. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass es mich jetzt dorthin verschlagen hat. Sie sagen, es wurde in Lehre für deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts gesucht. Aber es ist ja doch so, dass Nietzsche im Moment eine Renaissance in China erlebt. Also nicht die ganze komplette Wissenschaftswelt des 19. Jahrhunderts, sondern wirklich speziell Nietzsche. Genau. Was passiert mit Nietzsche heute in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung in China? Was findet da statt? Also Nietzsche ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, aus chinesischer Perspektive besonders interessant und auch schon länger besonders interessant. Im Augenblick gibt es an verschiedenen Universitäten Übersetzungsprojekte zu Nietzsches Gesamtausgaben. Einzelne Schriften sind schon lange übersetzt. Also die ersten Auszüge aus dem Zarathustra wurden gleich 1905, glaube ich, die erste Übersetzung von Lushun in Auszügen. Das ist das eine, eine Übersetzungsarbeit, die als Voraussetzung überhaupt für wissenschaftliche Aneignung nach wie vor eine Rolle spielt. Damit verbunden verschiedene Projekte, die Nietzsche vor allen Dingen in ästhetischen und in politischen Kontexten diskutieren oder sozialphilosophischen Kontexten. Und dort sieht man, dass Nietzsche eigentlich an den unterschiedlichsten Stellen in der philosophischen Diskussion Chinas eine Rolle spielt. Ähnlich wie übrigens Heidegger. Und gilt das eigentlich für Asien allgemein oder ist das ein speziell chinesisches Interesse? Also ich kann jetzt natürlich nicht für ganz Asien sprechen. Es ist sicherlich so, dass auch in Korea und Japan das Interesse an Nietzsche nach wie vor sehr groß ist. Man kann vielleicht generell sagen, dass jedenfalls, was die institutionelle Situation betrifft, die Auseinandersetzung mit Nietzsche eigentlich überall auf der Welt fast jedenfalls besser gesichert ist als in Deutschland. Für China kann man das auf jeden Fall sagen. Also das Interesse an Nietzsche und auch die Beschäftigung mit Nietzsche, die Professuren, die mit Personen besetzt sind, die über Nietzsche arbeiten, über Nietzsche Qualifikationsarbeiten geschrieben haben, ist sehr groß. Wie ist das Verhältnis zu den deutschen Positionen an der Stelle? Institute sind in China insgesamt größer. Also an der Tongji, was in der Philosophie ein mittelgroßes Institut ist, haben wir, ich glaube, 35 Professoren oder Lehrende in der Philosophie, Assistenzprofessoren und Haupt- oder Vollprofessoren. In Deutschland? In Deutschland hat ein normales Institut für Philosophie vier Professuren vielleicht. Drei, wenn es größer ist, sieben oder acht. Das sind dann schon sehr große Institute. Das liegt daran, dass in Deutschland nur die hauptamtlichen Professoren auf Beamtenstellen fest Teil des Institutes sind, während alle anderen dort Lehrenden auf befristeten Mitarbeiterstellen sitzen oder drittmittelfinanzierte Stellen. Und das ist in China anders. Das ist im Übrigen auch fast überall auf der Welt anders. Also Leute, die an der Uni arbeiten, unterrichten, haben dort dann auch normalerweise eine feste Stelle. Deswegen ist dieser Vergleich etwas schwieriger natürlich. Aber in Deutschland gibt es meines Wissens eine einzige Professur in Philosophie, die mit einem ausgewiesenen Nietzsche-Forscher besetzt ist. Also Andreas Sommer in Freiburg. Während es in China, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, aber 50 gibt es wahrscheinlich oder 100. Wieso ist Nietzsche für China so interessant, dass sich das Land das überhaupt leistet? Also einerseits ist Nietzsche im Zusammenhang mit westlicher Philosophie interessant. Also es gibt ein großes Interesse an westlicher Philosophie und in diesem Zusammenhang spielt Nietzsche eine Rolle. Er spielt in diesem Zusammenhang eine vielleicht herausragende Rolle, insofern er ein ambivalentes Verhältnis einnimmt zu dieser westlichen philosophischen Tradition. Also er wird sowohl als ein Kritiker der westlichen Modernisierung wie auch als ihr eigener Höhepunkt oder als ihr eigener Repräsentant verstanden. Und das führt dazu, dass Nietzsche sehr stark im Zusammenhang mit der eigenen Modernisierung in China diskutiert wird und auch seit 100 Jahren eigentlich in diesem Kontext immer wieder eine Rolle spielt. Also es sind verschiedene Gründe, denke ich, die Nietzsche so besonders spannend machen. Also einerseits ähnlich wie in den 20er Jahren im Westen ist Nietzsche ein Autor, der sehr stark zu Künstlern, Literaten und Ästheten gesprochen hat. Also die erste Form der Aneignung und auch eine, die bis heute relevant ist und relevant geblieben ist, ist, dass Nietzsche als Künstler, als sprachgewaltiger Literat selbst und auch als jemand, der der Kunst und den Künstlern in seiner Philosophie einen besonderen Raum zuweist, ein Autor ist, der naturgemäß zu öffentlichen, intellektuellen Ästheten und Literaten stärker spricht und erst über Umwege seinen Weg in die akademische Philosophie gefunden hat. Das kann man sicherlich für China auch sagen. Wie ist denn Nietzsche überhaupt nach China gekommen? Also Nietzsche ist über Japan nach China gekommen, entwickelt sehr schnell eine besondere Bedeutung in China Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dazu muss man, denke ich, wissen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, dort kulminiert eigentlich, was in China als Jahrhundert der Demütigung in die Geschichte eingeht. Also die Erfahrung der Kolonialisierung durch die Westmächte und Japan, die ungleichen Verträge, denen durch den Boxeraufstand erfolglos begegnet werden sollte, führen dazu, dass das Selbstbewusstsein dieser global ältesten kontinuierlichen Zivilisation sehr stark angegriffen ist. Und nach dem Ersten Weltkrieg bei den Versailler Verträgen werden die deutschen Besitzungen den Japanern zugeschlagen. Und das ist ein Schlag ins Gesicht des aufstrebenden Nationalbewusstseins einer intellektuellen Schicht in China. Und daraus resultiert die sogenannte 4. Mai-Bewegung, die von 1919 bis 1924 eine große politische Bedeutung hat und also versucht, einen chinesischen Weg der Modernisierung zu gehen, der sich abgrenzt von der chinesischen Tradition und dadurch westliche Motive aufgreift, gleichzeitig zurückweist. Und in diesem Zusammenhang spielt ein wichtiger, eigentlich der wichtigste Literat dieser Zeit, Lu Shun lernt Nietzsche in Japan kennen und verwendet nietzscheanische Motive, auch nietzscheanische Schreibformen, um sich sowohl der Sache nach wie auch formell von der konfuzianischen Tradition abzugrenzen. Also auf die konfuzianische Tradition wird nun das nietzscheanische Wort der Sklavenmoral angewendet. Die konfuzianische Sklavenmoral führte dazu, dass die chinesische Kultur sich nicht länger gegen die ausländischen Aggressoren durchsetzen konnte. Und dort ist Nietzsche, an Nietzsches Gedanken des heroischen Individuums, der Selbstgestaltung, der Kreativität, auch des kritischen und grenzenüberschreitenden, also diese Motive Nietzsches, die besonders im Zarathustra und in der Geburt der Tragödie eine Rolle spielen, werden aufgegriffen und gegen die Einfügung und Einordnung in die konfuzianische Ordnung vorgebracht. Das ist ganz interessant, dass dann in den 1980er Jahren, während der Unruhen auf dem Platz des himmlischen Friedens und deren Vorgeschichte, Es ist ähnlich, dass wiederum die Beschäftigung mit Nietzsche, die chinesischen Kollegen sprechen von einem sogenannten Nietzsche-Fieber in den 1980er Jahren, was durch Shugo Ping ausgelöst oder initiiert worden sei, wo wiederum die Rechte des Individuellen, des Einzelnen, gegenüber den Integrationszwängen und Bedürfnissen der Gesellschaft in den Vordergrund gerückt werden. Und dort ist immer wieder Nietzsche ein Autor, der herangezogen wird und dort auch eine politische Bedeutung dann einnimmt. Es gibt einen anderen deutschen Philosophen, dessen 200. Geburtstag jetzt, 2018, ins Haus steht, Karl Marx. Und in dessen Geburtsstadt Trier soll ein immerhin 5,50 Meter hohes Bildnis aufgestellt werden, ein Geschenk der Volksrepublik China. Nehmen Sie ein Interesse in China an Marx wahr oder ist das ein deutscher Blick? Also, wenn man bedenkt, dass es sich bei China natürlich nach wie vor um eine Volksrepublik handelt, die offiziell sich als Realisierung marxistischer Theorie-Momente versteht, eine interessante und trotzdem sehr berechtigte Frage. Das öffentliche Interesse an Marx scheint mir nicht so groß zu sein, wie man erstmal erwarten könnte. Ich hatte eine interessante Situation in einem Seminar. Ein Student fragte mich, wie viele Marxisten es meiner Meinung nach in Deutschland gäbe. Das ist auch eine schöne Frage. Ja, genau. Wie viele Marxisten gibt es in Deutschland? Ich war ein bisschen unsicher, was ich jetzt darauf antworten soll. Wollte mir Zeit verschaffen, habe im Gegenzug gefragt, wie viele Marxisten gäbe es in seiner Meinung nach in China. Und dann sagte er, ja, 90 Prozent. Woraufhin die anderen Studenten, die das mitbekamen, gleich intervenierten und gesagt haben, also 90 Prozent, nie im Leben. Es gibt überhaupt gar keine Marxisten mehr in China. Und das illustriert sehr schön, wie weit das Spektrum ist und es hängt sehr stark auch davon ab, was man unter Marxismus oder unter der Bedeutung von Marx dort versteht. Also es gibt Institute für Marxismus, Maoismus, das erwähnte ich ja bereits. Es gibt in der öffentlichen Parteidoktrin und in den Verlautbarungen der Partei immer wieder mal Verweise auf Marx. Also nicht die zwanghaften Zitate, die dann immer gebracht werden müssen, so nicht, aber kommt immer wieder mal vor. Allerdings in einem übersichtlichen Umfang. Also in den neuen, in den aktuellen Reden von Xi Jinping taucht Konfuzius zum Beispiel deutlich häufiger auf als Marx. Dafür gibt es auch interessante Gründe. Aber ich denke, dass Marx ähnlich wie Nietzsche als Krisentheoretiker für China nach wie vor interessant bleibt. Im Augenblick ist natürlich in dem öffentlichen Bewusstsein von Krise nicht die Rede. Allerdings sieht man, dass an den Universitäten und auch in intellektuellen Kreisen die Sorge um die zukünftige Entwicklung Chinas durchaus groß ist. Und dort wird hinter den Kulissen auch viel gestritten, in welche Richtung sich China entwickeln sollte. Dass die Zukunft offen ist und die Zukunft China gehört. Dieses Bewusstsein ist sehr stark verbreitet. Aber in welche Richtung man sich dort am besten bewegen sollte, ist nicht so monolithisch klar entschieden, wie es vielleicht von außen erscheint. Die Frage, wohin sich eine Gesellschaft entwickeln kann oder soll, das ist mit Sicherheit kein Thema, das allein in China zu klären wäre. Es liegen in diesem noch jungen Jahr 2018 noch viele unbenutzte Tage vor uns. Viel Zeit und Gelegenheit zur Lektüre. Und vielleicht sind ja Marx oder Nietzsche dabei. Herzlichen Dank für die Einblicke in das chinesische Universitätsleben an Helmut Haidt. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katrin Wenzel, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche weiterhin einen angenehmen Abend mit dem Programm von MDR Kultur.